Nachdem am Montag auf dem Test-Server die neuen Patch-Notes 1.94 veröffentlicht wurden, ist das Update heute endlich live und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen uns alle neuen Änderungen an, so wie ich es persönlich auch vermutet hatte, wurde aber auch noch ein neuer Held zusätzlich nachgepatcht und für die, ja, die aufmerksam sind, haben den neuen Helden oder beziehungsweise die neue Heldin vielleicht jetzt auch hier rechts unten im Video schon mal gesehen, ich würde sagen, wir klicken jetzt hier aber mal gemeinsam im Spiel drauf und hier sehen wir unsere neue Heldin. Ist in dem Fall horizontal gespiegelt, aber das ist die neue Heldin John of Arc, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich habe mich mit dem Namen bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt, aber ja, vom Optischen muss ich sagen, gefällt es mir auf jeden Fall mega gut, dimensionale Helden sind eigentlich auch immer relativ cool, da es an sich einfach ist, an die ranzukommen, man muss einfach immer nur ein bisschen was an der Beründmünzen und so weiter sparen. Einziger Nachteil an dimensionalen Helden, finde ich, ist, dass man sie sich dann meistens auch erst nach 60 Tagen ausleihen kann, das sind dann immer zwei Monate, ist zwar schon eine Zeit, aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier erstmal die ganzen Fähigkeiten an. Ihr kennt das Ganze ja vom Test-Server, hier steht es meistens immer erst auf Englisch nach dem Update, falls ich aber im Internet noch irgendwelche Übersetzungen finden sollte, dann werde ich das hier im Video einblenden, ansonsten gibt es das Ganze dann ja auch in ein paar Tagen dann auf den globalen Servern. Hier haben wir natürlich nochmal ihr Charakter-Item mit plus 10, plus 20 und plus 30, dazu gibt es dann auch wie immer die Möbel mit 3 von 3 und nochmal mit 9 von 9, zusätzlich dürfen wir die Gravuren natürlich auch nicht vergessen, hier mit plus 30, plus 60, ich muss sagen, der Gravurenbaum sieht auch relativ geil aus, plus 80, wisst ihr, ist wie immer nur PvP, das steht jetzt auch noch auf Deutsch da. Was wir hier jetzt auch schon mal sehen können ist, dass sie eine Supporter-Heldin ist, finde ich für die dimensionalen Helden relativ cool, was ich in naher Zukunft auch hoffe, ist, dass der dimensionale Turm eventuell auch irgendwann mal reingepatcht wird und dann würde ich sagen, gehen wir hier rein in die Arena der Prüfungen. Was mir als allererstes hier mal aufgefallen ist, dass sich diese, ja, Fahnen jetzt hier von links nach rechts bewegen, das ist so ein bisschen special an ihr, gibt es jetzt bei keinen anderen Helden, aber ansonsten die Fähigkeiten kann man so ungefähr mit den anderen Helden vergleichen, also ist jetzt nichts krass Besonderes wie beim Joker oder bei Natalene oder sowas, ich denke mal, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, das war es auf jeden Fall zu der neuen dimensionalen Heldin, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, auch vom Optischen, wie würdet ihr sie bewerten von 0 bis 10, 10 ist das Beste, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, dann geht es weiter und zwar hier auf die Tasche, hier wurde etwas vorgenommen, ich denke mal, einige von euch kennen das Problem, vielleicht ihr habt hier in der Tasche einiges an Staub rumliegen, müsst auf jedes einzelne draufgehen, auch verwenden und so weiter. Das ist jetzt Geschichte in AFK Arena, denn ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, ich habe das gerade hier schon mal ein bisschen vorgetestet, einfach die ganzen Sachen auszuwählen, auf Bestätigen zu drücken und dann könnt ihr das Ganze hier einfach mitnehmen, was ich auf jeden Fall schon mal relativ geil finde. Ihr geht dann einfach hier unten auf Next und dann Use und ihr könnt alles auf einmal einsammeln und müsst nicht mehr alles einzeln auswählen, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig cooles Quality of Life Update. Auch da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Weiter geht es zu den VIP-Leveln, hier wurde etwas geändert, wir bekommen dadurch jetzt nämlich weitere Belohnungen und zwar hier für die ganzen einzelnen Level, können wir uns ja auch nochmal hier anschauen. Das Ganze fängt dann mit Level 1 an, wo wir 60 blaue und 30 lila Steine bekommen, weiter geht es dann bei Level 2 mit insgesamt 30 lila und 120 blauen Steinen, das haben wir dann auch bei Level 3. Bei Level 4 ist es dann ein bisschen mehr an lilanen Steinen und ab Level 6 bekommen wir dann 10 Schriftrollen, was ganz nice ist. Dasselbe haben wir dann auch nochmal bei 7, 8, 9 und bei 10 haben wir das Ganze auch. Also 10 sollte man normalerweise Free-to-Play schaffen, also da bekommen wir dann einiges an Belohnungen, wo wir uns schon mal drauf freuen können, wenn ihr vom VIP-Level ungefähr auf dem Level seid. Ja, für die ganzen anderen VIP-Level, ihr seht es hier, Level 15, Level 14, Level 13 und so weiter, gibt es dann auch nochmal ein paar Sterndeuter-Karten. Also, das ist schon mal eine ganz nette Sache, da können wir uns auf Loot freuen. Dann geht es weiter und zwar hier nochmal aufs Hotel hier ist auch nochmal etwas Neues hinzugefügt worden und zwar kennen einige von euch ja vielleicht das System Möbel verstärken, das gibt es ja schon etwas länger in AFK Arena. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Möbelstück im Überschuss habt, das heißt, euer Held braucht ja nur 9 rote Möbelstücke, ihr habt aber aus Versehen 10, weil ihr irgendwie im letzten 10er Pool 2 auf einmal bekommen habt, dann konntet ihr das Ganze ja wie immer verstärken. Jetzt ist es so, dass diese Möbelstücke, die ihr verstärkt, nochmal ein bisschen besser geworden sind. Ihr könnt ja sehen, hier vorher war seine Gesundheit nur ein wenig verstärkt bei 1 jetzt auf diesem Möbelstück. In dem Fall wurde der Angriff jetzt auch nochmal um 1% verstärkt. Zusätzlich gibt es dazu auch noch eine Quest, die wir abschießen können und zwar müssen wir uns das Ganze nur anschauen mit dem neuen Möbelstück. Dazu gibt es dann auch nochmal 3000 zusätzliche Hotelmünzen, was auch schon mal ganz nett ist. Und ja Leute, das soll es in dem Fall dann gewesen sein. Oh, da hatte ich auch nochmal Glück mit den 300 Diamanten. Das soll es dann in dem Fall gewesen sein von dem Update-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit auf dem Laufenden halten und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Schreibt mir gerne eure Bewertungen zu dem Update in die Kommentare und dann sehen wir uns. Ciao.